Hi, ich bin Marco von iDoc. Wenn die Kopfhörerbuchse von deinem Galaxy S8 Plus defekt ist, zeigen wir dir heute in diesem Video, wie du es selbst reparieren kannst. Die Reparatur ist etwas schwieriger, da das Backcover stark verklebt ist. Du benötigst in etwa 45 Minuten. Für die Reparatur empfehlen wir folgendes Werkzeug. Mehrere Hartplastik-Pleck drin, einen Phillips-Schraubendreher, einen Saugnapf, eine ESD-Pinzette und einen Plastik-Spudger. Außerdem benötigst du einen Heißluftfön oder alternativ einen Haartrockner, um stark verklebte Teile lösen zu können. Das Ersatzteil findest du unten in der Infobox verlinkt und das wichtigste Werkzeug findest du in unserem Reparaturset. Auf unserer Internetseite iDoc.eu findest du diese Anleitung mit detaillierten Fotos und Videos für jeden einzelnen Schritt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur. Zu Beginn der Reparatur schaltest du das Gerät erstmal aus. Hierfür hältst du den Power-Button gedrückt, solange bis das Symbol für Ausschalten auf dem Display erscheint. Jetzt kannst du es ausschalten. Damit du das Backcover lösen kannst, nimm dir am besten einen Heißluftfön zur Hand. Dieser sorgt dafür, dass sich der Kleber leicht erwärmt, löst und du das Backcover leichter entfernen kannst. Setze den Saugnapf am unteren Ende an und versuche dabei, mit einem Werkzeug zwischen Backcover und Rahmen zu gehen. Wenn das mit dem Plektrum nicht funktioniert, kannst du ganz vorsichtig auch mit dem Stahlspatel ansetzen oder das iSesamo oder iFlex benutzen. Beachte dabei, dass das Werkzeug keine scharfen Kanten haben sollte, damit du das Backcover nicht zerkratzt und du damit nicht zu weit ins Gerät stößt. Sobald du eine kleine Öffnung hast, setze ein Plektrum an und führe es so rundherum um das ganze Gerät, um nach und nach den Klebstoff zu lösen. Hebele auch nicht zu viel, da das Rückglas sehr empfindlich ist und leicht brechen kann. Erwärme den Klebstoff immer wieder und benutze mehrere Plektren, um das Rückglas zu lösen. Wir empfehlen hierbei, eine halbe Stunde einzuplanen. Gehe dabei lieber etwas langsamer und dafür sorgfältiger vor. Wenn sich das Backcover löst, heb es nur leicht an. Der Fingerabdrucksensor ist noch verbunden. Hierfür solltest du dir einen Spudger zur Hand nehmen und den Kontakt vorsichtig lösen. Jetzt kannst du das Backcover komplett entfernen und beiseite legen. Um mit der Reparatur fortzufahren, entferne alle Philips-Schrauben. Sollten sich einzelne Schrauben nicht sofort lösen, kannst du dir auch eine Pinzette zur Hilfe nehmen. Jetzt solltest du die NFC-Antenne entfernen können. Beachte bitte, dass sie im oberen Bereich noch leicht eingehakt ist. Jetzt liegt der Kontakt zum Akku frei. Um zu vermeiden, dass es bei der Reparatur zu einem Kurzschluss kommt, solltest du den Akkuanschluss trennen. Als nächsten Schritt kannst du den Lautsprecher entfernen. Entferne alle Philips-Schrauben. Hebe den Lautsprecher mit der Pinzette leicht an und nehme ihn dann heraus. Um den Kopfhörerausgang zu entfernen, löse zuerst den Kontakt und danach die Philips-Schraube. Durch leichtes Hebeln an der Aussparung kannst du die Buchse herausnehmen. Auch den Kopfhörerausgang kannst du jetzt wieder einsetzen. Leicht andrücken, bis er einrastet und verschrauben. Anschließend kannst du den Kontakt verbinden. Auch der Lautsprecher wird jetzt wieder eingesetzt. Unten kurz einhaken und dann runterdrücken. Jetzt kannst du den Akku wieder anschließen. Im nächsten Schritt kannst du dir die Antenne zum kontaktlosen Laden nehmen, ansetzen, oben einhaken und nach unten drücken. Jetzt kann wieder alles mit den Philips-Schrauben befestigt werden. In der Regel reicht der Klebstoff, der am Rücklass geblieben ist, um das Gerät wieder zu verschließen. Du kannst aber auch den Kleber entfernen und einen neuen Kleberahmen nutzen. Bevor du das Backcover wieder auf das Gehäuse drückst, solltest du den Fingerabdrucksensor mit dem Connector verbinden. Jetzt kannst du das Backcover andrücken. Gegebenenfalls kannst du das Backcover mit der Heißluft erwärmen, damit sich der Kleber besser verbindet. Beachte bitte, dass das Smartphone nach der Reparatur nicht hundertprozentig vor Eindringen von Flüssigkeiten geschützt ist. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und ich hoffe, es hat euch richtig Spaß gemacht. Fragen, Anregungen und Hinweise könnt ihr gerne in die YouTube Kommentarbox schreiben. Wir helfen euch da gerne weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns und lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.